Zwei Tonnen vor zehn Jahren und alt und erwalten sich im Land. Was oben in den Hüpfeln rauscht, was wird hier unten ausgetauscht? Ein altes Reichhorn sitzt dabei und streckt von Strümpfe für die zwei. Die eine sagt Knick, knick, die andere sagt Knack, knack. Das ist genug für einen Tag, für einen Tag. Knack, knack. Knack, knack. Knack, knack. Knack, knack. Knack, knack. Vielen Dank.